Der Topstart von Vicky, er ist vorne und kann durchziehen. In 6'65 und das ist neue Schweizer SESA Bestleistung. Herzliche Gratulation an Silvan Vicky, 5'65 inoffiziell. Herzliche Gratulation an Silvan Vicky, 5'65 inoffiziell. Der Topstart von Vicky, 5'65 inoffiziell. Herzliche Gratulation an Silvan Vicky, 5'65 inoffiziell. Herzliche Gratulation an Silvan Vicky, 5'65 inoffiziell. Herzliche Gratulation an Silvan Vicky, 6'66 inoffiziell. Herzliche Gratulation an Silvan Vicky, 5'65 inoffiziell. Herzliche Gratulation an Silvan Vicky, 6'76 inoffiziell. Untertitelung des ZDF, 2020